Alles wird immer teurer. Die Unternehmen halten sich bedeckt, was Ausgaben angeht. Bedeutet für uns als Freelancer, als Marketingdienstleister erstmal schlechte Nachrichten. Oder? Ich möchte euch in dem Video heute nämlich eine Möglichkeit mal zeigen, wie ihr als Freelancer, als Marketer, als Agenturinhaber, wie auch immer, auf die jetzigen weltpolitischen Veränderungen reagieren könnt. Denn ja, es wird immer alles teurer. Das stimmt. Die Frage ist nur, heilt das Unternehmen davon ab, trotzdem wichtige Dinge wie Marketing und Neukundengewinnung wirklich aufzugeben oder zu bremsen? Denn normalerweise, und das ist ja wie auch ein bisschen an der Börse, eigentlich muss man sich ja auch oft mal etwas antizyklisch verhalten, natürlich nur, wenn es Sinn macht. Das heißt, grundsätzlich mal macht es jetzt eigentlich keinen Sinn für Unternehmen, Marketing zu stoppen, weil in schlechten Zeiten, wo schon weniger reinkommt, dann etwas zu lassen, was einen noch was einbringt, dann führt das ja nur zu, dass es noch weniger kommt. Und das wäre ja eigentlich bescheuert. Das heißt also, hier müssen wir uns überlegen, was können wir aber jetzt Unternehmen anbieten, die natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so offen sind, über Neugeschäft zu reden. Ich selber, meine Agentur erlebt das tatsächlich gerade noch nicht so stark, muss man tatsächlich sagen. Also auch während Corona und so weiter war es in der digitalen Marketingwelt, wie gesagt, ich habe eine SEO-Agentur und eine Recruiting-Agentur. Da war es in beiden Fällen eigentlich nicht unbedingt so. Im Recruiting manchmal ein bisschen, dass das Argument kam, dass es so ein bisschen ja unsichere Zeiten sind und dass man erstmal ein bisschen gucken muss, wo man bleibt. Jetzt ist es aber so, dass ich öfter mal schon mal so ein bisschen am Rand mitkriege, es sind ja auch, dass es unsichere Zeiten sind und dass man mal ein bisschen gucken muss. Die meisten Unternehmen interessiert es aber tatsächlich eigentlich nicht. Die merken aber natürlich, dass die Kosten schon steigen. Das heißt, die Margen gehen fast überall, gerade auch im E-Commerce, wirklich nach unten. Das liegt nicht nur an den jetzigen Zeiten, an den gestiegenen Kosten, sondern das liegt auch an einfach solchen Sachen, dass die Facebook-Plattform einfach immer schlechter wird und so weiter. So und heute möchte ich euch einmal eine Methode zeigen, einfach mal darüber nachzudenken, was ihr Unternehmen aber anbieten könnt, um so ein bisschen deren ja kognitiven Status quasi aufzubrechen. Denn ja, die haben im Moment alle das Gefühl, es wird alles teurer und man denkt halt weniger an die Unternehmen als an den Autonormalverbraucher, von der Politik halt eben auch her. Das kann man jetzt einfach mal sehen, wie man möchte, ist auch erstmal vollkommen egal. Aber wie könnt ihr trotzdem noch Dinge anbieten, die Unternehmen vor allem jetzt, in der jetzigen Zeit, für sehr, sehr relevante erhalten und diese gerne hätten? Ja, und deswegen schauen wir uns mal vielleicht den Bereich an, auf dem ich bin, im Bereich Online-Shops, im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Ja, wie gesagt, in unserer SEO-Agentur betreuen wir insbesondere E-Commerce-Unternehmen, Online-Shops, die eben, ja, mit uns diese Kampagnen eben durchführen. Und hier ist eine ganz spannende Sache, wo wir jetzt auch immer mehr das sehen. Wir selber bieten das ja nur am Rande im Prinzip an, aber ich habe viele Coaching-Teilnehmer bei mir drin, in meinem Coaching-Programm übrigens. Wenn es euch interessiert, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch einen Link zu meinem Coaching-Programm rein, da könnt ihr auf Stundenbasis mit mir persönlich zusammenarbeiten. Kontakt-atbasis.de, einfach eine E-Mail hinschicken und fragen, ob ich euch helfen kann. Und vielleicht sehen wir uns eins zu eins schon in den nächsten Stunden selbst und ich kann euch aber helfen, euer Unternehmen aufzubauen. So, aber genug der Eigenwerbung. In meinem Coaching helfe ich im Moment vielen Leuten im Bereich Copywriting und Texte schreiben. Und das ist auch im Moment eine der sinnvollsten Dinge, die man überhaupt gerade anfangen kann. Ob man jetzt sagt, man ist im Freelancer-Bereich Copywriting oder man ist eben im Agenturbereich Copywriting tätig, das ist erstmal vollkommen egal. Weil wir gehen jetzt mal hier auf das Copywriting auf Fiverr als Exemplar. Ob welcher Plattform ihr das macht und ob ihr es überhaupt über Freelancing-Plattformen macht, sei mal dahingestellt. Aber einfach nur mal exemplarisch jetzt hier auf Fiverr. Man sieht einfach, dass Copywriting ist ein großes Thema und man kann dafür eben auch wirklich gutes Geld verdienen hier auf der Plattform. Und warum ist jetzt aber dieser Skill Copywriting so wichtig und warum würde ich euch auch ans Herz legen, extrem darüber nachzudenken, im Bereich Copywriting, Werbetexten gut zu werden und das irgendwann als Freelancer oder als Agentur anbieten zu können. Mit Texten, die verkaufen, macht ihr erstmal grundsätzlich dem Unternehmen mehr Umsatz. Das ist schon mal natürlich der Kern von Copywriting. Worte, die Umsatz machen. Wichtig ist jetzt aber auch noch die Effekte des neuen Marktes, den wir ja gerade nun mal haben, so ein bisschen einzubeziehen. Denn ich kann natürlich Copywriting auch machen für meine Facebook-Ads, für meine TikTok-Ads, für meinen SEO, für meine Google-Ads, was auch immer. Auch alles wunderbar soweit. Aber was eben auch das Schöne ist, ich kann auch Copywriting machen für Landingpages, für Webseiten, für Produkttexte, für E-Mails. Die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sind vor allem Copywriting, sind vor allem Texte, die auf einer Infrastruktur sind. Auf der Webseite, auf der Landingpage oder eben in deinem E-Mail-Marketing. Diese, gerade auch im E-Mail-Marketing, diese Dynamiken sind sehr, sehr interessant, weil sie jetzt eben auch eine Sache machen. Diese Infrastrukturen sind vielleicht auch mal dafür da, um neue Kunden zu generieren. Sie sind aber auch für eine ganz wichtige andere Sache da, gerade im E-Mail-Marketing. Sie sind dafür da, um Bestandskunden auch zu reaktivieren und dazu zu bringen, wiederzukaufen. Das heißt, eine gute Webseite, ein guter Shop, eine gute Produktpage und vor allem immer auch gute E-Mails. Im E-Mail-Marketing, gerade im E-Commerce, ganz, ganz groß. Aber auch im Dienstleistungsbereich, im Business, im Coaching-Bereich und so weiter auch ganz groß. Die haben eine Funktion. Die sorgen dafür, dass sie auch entweder Kunden, die schon mal gekauft haben, wieder reaktivieren, dass die nochmal kaufen. Oder, dass die Kunden, die noch nicht gekauft haben, oder sich schon mal irgendwie interessiert haben für das Unternehmen und die Produkte, dass die doch die Kaufentscheidung treffen. Das heißt, wir können hier das ja mal eingeben, Copywriting E-Mail. Es wird im Prinzip auch schon als allererstes vorgeschlagen, E-Mail Copywriting. Und das ist eben auch, das zeigt euch mal, wenn das hier direkt vorgeschlagen wird, dass gerade ein großer Bedarf dafür ist, E-Mail Copywriter zu beauftragen von Unternehmen. Und warum? Ja eben, weil ich als Unternehmen, wenn ich meine E-Mail-Marketing optimiere, durch gute verkaufsoptimierte E-Mails, dann reaktiviere ich meinen Bestand und einen Bestandskunden zu reaktivieren, der nochmal bei mir kaufen soll, ist immer meistens, meistens sollte eigentlich, kostengünstiger als neue Kundschaft zu akquirieren, weil ich muss ja die neuen Leute erstmal komplett von mir, meinem Unternehmen, meinem Produkt überzeugen. Die müssen ja erstmal Vertrauen aufbauen. Stichwort Customer Journey, vier Säulen des Vertrauens, klassische Marketing- und Vertriebsstrategien. Aber jemand, der schon mal Kontakt zu mir hatte, der vielleicht auch schon im Zweifelsfall mehrere E-Mails von mir bekommen hat, auch vielleicht sogar schon mal von mir gekauft hat, der hat schon ein viel, viel größeres Vertrauensmindset aufgebaut. Der hat schon eine Grundlage, mir, meinem Produkt, meiner Firma und mir selbst zu vertrauen und kann dann so mit optimierten E-Mails, die er jetzt wieder in seinem Postfach bekommt, viel, viel gezielter reaktiviert werden, dass er nicht doch mal über ein Produktkauf nachdenkt oder nochmal über ein Produktkauf nachdenkt. Und nochmal, Copywriting, gerade im E-Mail-Bereich, sorgt dafür, dass Unternehmen Kunden günstiger bekommen als durch Marketingmaßnahmen an sich, weil E-Mail-Marketing meistens dafür sorgt, dass eben Kunden wiederkommen, während klassische Marketingmaßnahmen wie Performance-Marketing, auch Suchmaschinenoptimierung, was gehört dazu, was wir eben bei uns in der Agentur machen, eher dafür sorgen, dass neue Leute auf das Unternehmen aufmerksam werden. Und das ist eben der große Unterschied, das ist der Grund, warum E-Mail-Copywriting zum Beispiel gerade so beliebt ist. Deswegen, wenn ihr gerade darüber nachdenkt, Copywriter zu werden und immer schon darüber nachgedacht, mit Texten Geld zu verdienen, dann ist jetzt die Gold richtige Zeit, weil Verkaufsarchitexte waren schon immer für Unternehmen super wertvoll. Und jetzt kommt eben die Dynamik der heutigen Zeit dazu, dass man damit im Prinzip auch noch kostengünstig Umsatz generieren kann und vielleicht sogar Werbekosten, die gerade auf Facebook und sowas immer teurer werden, immer weniger bringen und generell auch gerade Werbekosten, die generell gerade mehr wehtun, weil alles teurer wird, dass man das den Unternehmen sogar sparen kann. Also ihr habt unfassbare Verkaufsargumente im Moment auf eurer Seite, wenn ihr Copywriting anbieten könnt und wenn ihr vor allem auch speziell Copywriting-Maßnahmen wie E-Mails anbieten könnt, die Kunden auch reaktivieren und nicht nur neue Kunden generieren möchten. Und übrigens, wenn ihr dann mal mit dem E-Mail-Copywriting zum Beispiel bei einem Kunden reinkommt und der ist zufrieden, dann ist es ein leichtes, dass ihr im Prinzip jeden Text bei dem Copywriting technisch optimieren und aufbauen könnt. Das heißt, ihr habt im Prinzip auch einen Kunden für mehrere Monate und ihr könnt damit richtig, richtig gutes Geld verdienen. So, das soll es einfach mal gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen inspiriert und gezeigt, warum Copywriting so wertvolles Skill ist und warum es jetzt gerade der beste Zeitpunkt ist, auf dem Bereich Copywriting anzufangen. E-Mail-Copywriting anzufangen, wahrscheinlich noch die beste Möglichkeit gerade. Wenn ihr sagt, ihr möchtet dabei Hilfe haben, weil das habe ich für Unternehmen, wie gesagt, schon ganz oft gemacht. Acht Jahre Online-Marketing, sprechen eine deutliche Sprache, seit fünf Jahren Agenturinhaber. Ich kenne mich mit dem Thema Copywriting, E-Mail-Copywriting ziemlich gut aus. Schreibt mir mal eine E-Mail an kontakt-at-bustern-deus.de und dann sage ich euch, ob ich dabei helfen kann oder nicht. Und wenn ich euch dabei helfen kann, dann sehen wir uns bald eins zu eins in Zoom im Meeting und dann kann ich euch dabei helfen, euer Copywriting-Business aufzubauen und erfolgreich zu machen. Das war es gewesen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann denkt noch ans Abo und an den Daumen nach oben. Das würde mir sehr, sehr weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.